Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 2 mit Mecklenburg. Momentan hauptsächlich in Jerusalem, da wir hier immer noch am Start sind, auch wenn wir den Königin verloren haben. Können wir unsere Tante umbringen, wenn wir mal mitmachen, die ja jetzt neue Königin von Jerusalem ist. Ähm, es gab in den Kommentaren den Vorschlag, ich sollte doch mal Mecklenburg zum Haupttitel machen, weil es Sinn machen würde und es würde vor allem besser aussehen. Leider kann ich das nicht machen, da der neue Primärtitel vom gleichen Rang sein muss wie der vorherige und ja, das Herzogtum Jerusalem, was wir jetzt verhalten, ist halt ein Herzogtum, während Mecklenburg nur eine Grafschaft ist. Das heißt, wir können das nicht zu unserem neuen Haupttitel machen, was sehr, sehr schade ist, womit wir dann immer noch uns hauptsächlich in Jerusalem aufhalten werden und Kraft Friedrich von, äh, hey, beschwert sich aus dem Kerker über seine dunkle Zelle und bittet um eine angemessene Unterkunft, unser Bruder. Joa, wir werden mal, äh, Knalle walten lassen, wir uns ihn unter Haus ausstellen. Ja, ansonsten, passen unsere Tante, sie erst uns, selbst auch Königinnen, wie gesagt, ist relativ egal hier. Und, das ist eigentlich eine Frage der Zeit, bis wir wieder, die entscheidende Titel verlieren, haben wir auch vielleicht ein Minus. Müssen wir auch erstmal reinholen, der Krieg hat es nicht viel gekostet. Ich meine, auf jeden Fall, dass das Antwort hätte von mir aus, von mir aus. Ja, auf jeden Fall, so ein Krieg in Jerusalem, der uns eigentlich wenig interessiert, denn wir müssen erstmal unsere ganzen Schulden hier bezahlen und uns überhaupt mal wieder aufrappeln. Mein Gott, was ist denn die ganze Zeit? Ja, ja, wir unterstützen euch doch schon. Ich frage uns das noch nicht noch hundertmal. Und hier ist für Intrigen. Irgendwas, was uns betrifft, nicht wirklich. Ähm, mein Name ist ja, meine Frau in Jerusalem ist bislang erfreundlich, während meines Besuchers am Hof von Bürgermeister Amiri von Baid Nuba und vor allen Dingen überzeugt zu haben, dass er glütiger und drumherum herrscht heute sehr schön. Ich bringe dazu auch wenig. Ja, also jedenfalls, dass wir jetzt in Jerusalem hocken mit Herzog Karl, den Glorreicht von Jerusalem. Äh, ja, ist jetzt nicht optimal, aber wir müssen weiter durch die Seite und wir könnten, wenn man eigentlich zu dem Herzogstitel irgendjemand andern geben, dass wir irgendwie relativ wichtig Erfolge untersuchen, ja. Tochter, unser Bruder, können wir unser Bruder? Äh, wir bringen aber sowieso in den Knast. Unser Nervin Heinrich von Badenberg. Können wir dir nicht eigentlich einen Titel geben? Es wäre eigentlich ganz witzig, wenn wir hier einfach jetzt das Herz der Komiose dann geben könnten. Denn, seht uns so aus, was haben wir hier? Nichts, ob wir uns selber eingeladen wären. Anspruch auf Krächer Jerusalem, ja. Wir unterstützen alles, was sich gegen unsere Tante richtet, die uns vom Thron gestoßen hat. Denn wenn wir schon in Jerusalem abhängen müssen, dann doch bitte als König, und nicht als einfacher Herzog, in England zu haben, die Probleme zu haben. In Frankreich. Und auch hier unten. Versandten zusammen, die hat ja auch Aragon gebildet. Englisch, weil er wollte, ja. Okay, ich war die Bienen sehr ziemlich stark. Das mongolische Imperium rückt immer näher. Das ist natürlich auch noch so eine Gefahr. Unsere Tante bietet uns den Posten eines Kommandanten an. So nehmen wir einfach mal an. Weil uns das mehr Plastis-Sprecher, wo wir von ziemlich viel haben. Nicht schlecht. Geht nennen, dass ihr unsere folgende Verführung unterstützt. Dann zieht den Titel von... Ja, nein. So viel... ...unterstützen wir sie dann doch nicht. So kommen wir dann, dass sie uns gerne nennen, aber das... ...war es dann auch. Das ist die Nachfolge eigentlich in Sokursing. Okay. Wie hat die so ein Pakt bündnis mit dem König von Frankreich? Na ja. Gegen Stark ist in diesem Spielstand aber eher lächerlich. Schiad um Arabien. Der große sunnitische Kalif, Isa, hat beschlossen, ein Schiad gegen die Jaurin im Sultanat von Arabien auszurufen. Er ruft alle rechtsschaffenden sunnitischen Muslimen zu den Waffen, um die Königin Adelaide von Jerusalem für den Ruhm des Islam zu zelt zu ziehen. Alter, ist beim Herzen, ich spreche dich für Nachrichten. Ja gut, jetzt... ...ist doch einen fetten... ...Schiad. Den nachhochsten Teil von Jerusalem da unten. Äh, unsere Halbwester. Na ja, wir ziehen sie, ganz toll. Nun, ich denke, unser krönreich dessen Teil, wer hier sind. Äh, wird ja ziemlich hart verkacken. Denn ich denke, den Schiad haben wir sowieso nicht dagegen zu bringen. Zumal wir schon die Anhaltung hier verlieren. Mit wir meine ich eigentlich unsere Tante, wir selbst. Äh, ja. Wir legen uns ja erst zurück und beobachten die ganze Lage. Da wir sowieso nicht viel machen können. Wir tropen waren eigentlich 1200. Nachdem uns schon der dritte Hüftling innerhalb nur einer Woche in meiner Gegenwart Tränen ausbrach, frage ich mich allmählich, ob es an mir liegen könnte. Bin ich tatsächlich ein grausamer Mensch, der sich am Leid zu einer Mitmenschen weidet? Oder gesegnete Jungfrau, was habe ich getan? Bitte vergib mir. Bin ein bisschen süßig geworden. Okay. Waffenstechnik läuft in 40 Tagen aus. Und hätte ich gerade mit ihr, das wollen wir nicht. Unser Hochspitze, der uns nicht leiden kann. Kann man Technologie studieren. Einfach mal da. Ich will uns fast alle nicht leiden außer unser Sohn. Der kann uns leiden. Äh. Was ist denn seine... ... seine Frau ist... ... wie er fischisch etwas christliches ist, aber... ... nicht das, was wir wollen. Jo. ... so können Sie mir konvertieren. Sante hat mit einem kleinen Herzog geschlossen, der eigentlich niemand interessiert. Ahja, und sie ist kompetiert ja schön. Herr Herzog Markus von Westglot hat die Wahrschaftteil von... ... wie er hat Niklot übernommen. Unser Cousin. Okay. Hier soll es recht sein. Also vier Leute drücken an so einen Hof ein. Sie waren zu uns gepflichtet. Großer Heiliger Krieg um Ungarn. Der mächtige Hohenpriester Najaga hat beschlossen, dass er an seiner Zeit ist... ... König, aber wie Uskar von Ungarn... ... und den an sich toten, treuzigsten Gottglaubenden... ... eine weitere Lektion in Sachen Demut zu erteilen. Alle freien Tankduschmänner sind auch gerufen bei der Reinigung von Ungarn... ... um ganz zu helfen. Tankdusch wird uns eier. Viele Heilige Kriege. Sack für Sengsoll und V-Hert von mir aus... ... ist eigentlich heftig egal. Sack für Sengsoll macht, wir haben Ansprüche, ist klar. Ja gut, die Welt ist seit dem Krieg und... ... Schottland... ... sitzt... ... in Litauen. Okay. Das hat ein ziemlich großes... ... stabiles Schweden hier, muss man noch mal... ... festhalten. Neh, wie wird dieser kleine Usa, den Teil hier? Geht schon mal so aus. Weiß nicht, ob unser Sunder eigentlich den Eingriff... ... hier verloren, oder was geht hier eigentlich ab? Naja, er hat verloren um... ... Tais. Worum mal das hier ist. Ich bekomme ich das da. ... schade rein. Naja, nicht so. Ja, aber den Heiligen Krieg werden wir auf jeden Fall auch verlieren. Mit mir mache ich immer noch, ob sie ist hier unsere Tante. Ja, mal im Grunde hat unsere Habilie hier unten auch nicht zu verloren. Muss nochmal... ... zugeben. Das ist der Weiß, da halten wir endlich auch noch. Da oben ja auch. Soll ich gerade noch ab, oder? Sieht überhaupt. Da. Okay. Tja. Wie gesagt, hätten wir nicht... ... das hätte zu tun, wie Jerusalem... ... könnten wir das Ganze hier eigentlich auch mal im Mittelhof nennen, aber gut. ... ... oder so eine Frau, ja. Die immer noch irgendwo... ... im Knast sitzt. Dann haben wir frei gekauft, wenn wir uns den Gold haben. Hitten. Haben wir natürlich nicht. Wir sind immer noch im dicken Minus. Dann sind unsere andere Kinder, unsere Tochter. Das ist auch irgendwo im Knast. Oh, das ist doch doof, ne? Alle hier bei der... ... Herzogin, Ascalon. Unschön. Sehr, sehr unschön. Ich würde zwei Männer verloren haben. Hier gut. Ein Kind für den Vormund, unser... ... Verwandte, ja. Ob wir uns da rumkümmen müssen, keine Ahnung, können uns das Handvoll machen. Es sind hier irgendwelche Beziehungen... ... zu irgendwelchen... ... an den Bürgermeistern. Eigentlich findet man weise voraussicht, dass wir uns... ... irgendwann auch mal wieder... ... mehr... ... in Deutschland auffüllen werden. Sollten wir uns vielleicht mal darum kümmern, die Beziehungen... ... zum... ... Kaiserzeichen, wo wir schon reich sind... ... um zu verbessern. Wie ist das aktuell eigentlich? Es ist Philipp, der Unfertige. Der schon 61 Jahre alt ist. Interessant. Der hat kleine Kinder hat und dessen Nachfolger... ... der hat zur Gäber der Zeit von Sinitia ist. Ah ja. Der ist hier unten... ... oh ja, der ist hier unten alt. Okay. Schwankenscheid kaufen. Das sehen wir und wir haben auf einmal richtig viel Geld. Warum eigentlich? Haben wir irgendwas übersehen? ... und dann weiß ich nicht, wie alt das hier so gerade ist. Und hier haben wir unseren Marshal verloren. Wir haben mutliche Storben, brauchen wir erstmal neun. Ist nicht am besten. Unsere Kurser-Hinkler von mir aus. Ich darf mir jetzt auch Truppen ausbilden, hier unten. Okay. Ja, das wird verkackt. Also, das ist sehr schade. Selbst in der Nachricht von Polen, den Sultan von Syrien, der aber noch unser Onkel ist, was ziemlich lustig ist. Ja, das wird alles nichts. Sichererweise ist es auch Syrien, also nochmal. Oh, katholisch. Also, der katholische Glauben ist, in diesem Fall, ganz sehr weit. Was haben wir hier? Das ist der Struktur Mesopotamien. Das ist unabhängig. Okay. Hey, das ist irgendwie so Syrien abgespalten oder so, man weiß es nicht. So, der Prinz ist relativ mächtig, hier über 7000 Mann. Auch lustig, dass er eigentlich immer noch Sultan heißt. Obwohl er ja... ... katholisch ist. Aber gut. So, mein Gesang, mein Schwarz, unser Marschall, bittet mich immer wieder zum Wohne unserer Tendastie, seinen Anspruch auf Niedeross durchzusetzen. Ähm... ... ähm... ... ähm... ... ja... ... ja... ... warum auch immer, der einen schwachen Anspruch auf Niedeross hier oben in... ... Schweden hat. So, der Typ ist mit dem König und Dänemark verbündet. Ja, wäre ich unter der Forderung, würde ich mal sagen. Weil ich nicht mehr weiß, woher er die gebaut hat. So, weiß ich ja nicht, ach, weil sein Vater... ... der König... ... wenn die daraus mal war, okay. So, und seine Mutter und unsere Tante, gut. Dann sehen wir mal, wie... ... weiter breit unter Haus ist, mit noch 630 lebenden Mitgliedern. So. Die Kirche predigt das Zölibat, jedoch versuchen mich, meine Freunde... ... den Hesonismus zu ziehen, indem sie mir... ... die Freunden des Lebens zeigen. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das... ... lebend niesen oder lieber auf das Himmelreich warten soll. Ich kann ja mal ein paar Freunde ausprobieren, genau. Wir können uns, wenn wir schon nicht auf dem Königsturm von Jerusalem sitzen... ... dann wollen wir wissen, dass wir so Spaß haben in unserem Leben. Wir können eigentlich auch ruhig mal ein paar mehr Kinder gebrauchen. Hambus 2 ist relativ überschaubar. Und warum wir die V-Planze auch nicht freikaufen dürfen, bleibt ein Rätsel. ... bitte für die Verwaltung eurer Titel um Hilfe... ... ... könnten wir machen. Die Frage ist, warum sollten wir... ... ich weiße was... ... was passiert denn überhaupt nicht, aber keine Ahnung, lass uns mal. ... lass uns mal. Äh, dek... Deklaration der Reue veranlasst und schickt einen Brief an den Papst und darauf solltet, dass eure Sünden vergeben werden, die Exkommunikation aufgehoben wird. Stimmt ja, wurde Exkommunikation, ne? Da war ja was. Könnten wir einfach machen. Ansonsten, ich muss mir die Gebäude in Jerusalem ansehen und daraus sehen, wie sie zu verstecken sind und wie es schwer sein kann, sie zu erobern, wenn das Land belagert würde. Die Gebäude haben mich in keiner Weise inspiriert, aber ich habe einen Freund, der hervorragend an solchen Dingen ist. Worauf warte ich auf eine Überlagerung? Frage einfach. Naja, wenn man will, was der Papst sagt. Der Heilige Vater hat zugestimmt, meine Exkommunikation aufzuheben. Ehre sei Gott. Ja, kostet uns ein bisschen was, aber dafür, dass er mit wie der Hurangis in der Kirche und Jerusalem zerfällt. Ich redete und redete über die Art von Verstärkung, die ich für diese Gebäude sinnvoll hielt, aber Aldrich stand allen meinen Ideen skeptisch gegenüber, ernannte die Gebäude unrettbar und eine Gefahr für uns alle. ... und dann reißt sie ab und baut neu, war Aldrichs Rasslach. Ach, das wird zu viel kosten. Aldrich, unser Freund. Der Anspruch darauf, was er zu tun mitgenommen wurde. Der, nicht nur unser Freund, sondern auch noch ein ... ... unter der Stil entstand. Interessant. Der, nicht nur unser Freund. Wo ist denn der überhaupt? Ähm ... 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 die Idee auch gut wir haben hier noch ein bisschen Geld umstellen können ja, was für Höfling hier, 17% ich schenke hier von 15% kann da bestimmt ein bisschen nachelfen ja, oder auch nicht wenn sie der Kanzler von Mecklenburg der... ich hab schon auch gerne ein bisschen Geld weil der nicht meine Frau ist das dann erklärt sich mir warum wir eigentlich nur noch der L35 lebende Mitglieder haben das ist nämlich relativ wenig muss man mal sagen wir sind eine große Familie das mache ich eigentlich mal mehr bei uns habe ich das Gefühl dass es eher weniger wird weil ja viele Frauen haben und viele Kinder an der Familie einfach weiter dabei sind also bei uns okay im Vollrausch ließ Friedrich Nikoluit in einer hiesigen Schenke liegt jemand von meiner Verschwörung aber herrlich nicht wirklich töten wissen ich hätte diese bis auf der Kraschstrippe niemals in eine diese leikate Verschwörung einfallen sollen der Ruf ist ruiniert ja gut unser Ruf ist sonst in der in deutschweite ideal mit 117% Verschwörungstärke das äh... könnte wohl reichen, ne? also Marsha hat Massen- und Sturm am Rätfodenausflüsse sehr schön mein Mitbefänger Siegfried hat einen Giftanschlag äh... einen Giftanschlag eine Giftanschlange besorgt und lässt uns wissen dass sie bald ihre Giftszene in Hörerich reinbauen wird sehr gut ich plane schon mal zu während Jerusalem einfach überrannt wird aber wir können nichts verändern Erfolg! Die Schlange hat ihre Pflicht vorbildlich erledigt und Helmerich mit der tötigen Glück vollgepumpt. Leider wurde die Schlange gefangen und der Verkäufer fliegt, weil mit Schuld. Jetzt würde mich interessieren, wer dann stattdessen erbt... ...unser Rivale... ...unser Rivale... ...der würde das jetzt erben. Wir bringen jetzt einfach alle Leute um, die jetzt erben würden... ...bis wir persönlich erben würden, so einfach ist das. ...und dann haltere ich unsere Freunde auch gleich wieder dabei... ...und ansonsten setzen wir wieder ein bisschen Geld ein... ...9,8% bereich nehme ich noch nicht. Hm... Oh, wir haben hier den Abt... ...und bei 47% also so eine Artsteine Hilfe. ...und wir haben keine Ahnung, es hat die Großmütter natürlich Syrien geerbt... ...nach ja, unser Onkel muss verstorben sein... ...und hat Jerusalem auch Syrien dazu gekommen... ...und auch hier... ...hat auch hier... ...will die Geschenke... ...wollt das also Tod dafür auch sehr gut... ...eine Gruppe fahrender Ritter besucht Jerusalem... ...Rush hat sich mit ihnen getroffen und... ...warte nur auf eine Antwort, ja... ...eher gibt es ihren Ehren ein libidischer Lager... ...zure Hörtern... Die fahrenden Ritter haben zusammen mit unseren Rittern in Josefem an einem kleinen Turnier teilgenommen. Traurigerweise wird dabei einer nicht sein Landlusten vergebunden, schwerverwundet. Ja, wir zahlen ruhig für seine Arznei. Können wir ruhig machen. Der Große Heilkrieg um Ungarn. Tungak scheint den heidnischen Gläubigen nicht zu begünstigen, da eine Erfolge von Verlusten und Rückschlägen hat Hoheprisen, den Großen Heilkrieg um Ungarn gegen König Afri auf Straf von Ungarn abgeblasen. Herr Perm, ich habe nicht gehört. Er steht irgendwie Jerusalem entgegen. Er wird wohl von Erfolge tot sein. Nämlich genau jetzt. Ja, ich sehe auch das Haus von Wismar aus, was wir hier so ein bisschen unterstützen, beobachten. Noch viel erleben die Mitglieder, das ist noch nicht so viel. Aber wir können ihn hier mal verheiraten. Ja, das ist noch nicht so viel. Unser Sohn ist der Sturm, ist noch nicht so toll. Verbrecher Schert und wo auch. Oh, die Jerusalem ist nicht mehr viel übrig. ... geblieben. Das ist interessant. Haben wir ihn jetzt eigentlich noch? Ja, unsere Titel haben wir trotzdem noch. Auf jeden Fall brauchen wir einen neuen Kanzler, unser Cousin, der aufweite Beziehung zum Kaiser verbessern darf. Und äh, Kasia, die klettern wir jetzt, unsere Erbin, die schlache Antwort auf das Böhm war, die Ohr ist mal ein Mann. Das ist dann zum Beispiel die Nerze von Oslandet. Ähm, Atelier? Nein, ich werde das nicht machen. Ist egal. Machen wir es halt so. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht. Das sehen wir dann auch erst beim nächsten Mal. Bis dahin, tschau Leute.